Lauf, in den Tunnel rein. Oh, da steht da noch was. Und dann rechts halten. Und irgendwo da... ...irgendwo da war doch irgendwie der Aufzug oder so. Uh, pass auf! Boah, ich hab den geschockt, hab der abgeschmallt. Alter, drücken! Boah, hast du gesehen? Da kam er nicht. Da war noch der Machina hier. Mit dem Schottel. Der Mann mit der Machina hier. Oh, so, der Mio. Boah, was kommt jetzt? Oh, ne, oder? Boah, das war doch ein scheiß Level. Ich dachte, jetzt wär der Kapitel endlich hier, oder? Ne, jetzt kommt doch noch der Endboss dann. Boah, das Kapitel fliegt sich ja. Ja, runter und raus, oder? Ja, runter und raus, oder? Wir haben uns nicht mehr an die Fahrt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist auf jeden Fall da gerade einer durch die Tür gekommen. einfach so. Ja, es könnte spannend werden, ja. Boah! Boah! Ja. Ja. Also ich glaub... Ja gut, man kann natürlich... Ah! Wir nehmen einfach von oben den Raketewerfer. Hab ich doch probiert. Ja. Und da hast du dich selber in die Luft gesprengt, oder was? Das Ding ist... Das Ding ist... Wenn du in der Tür einfach stehst... ... und dann... ... und dann... ... und dann... ... wenn du am Penta stehst... ... dann siehst du so genau... ... auf die Kanter. Ja. Du musst ja erstmal die unten abknallen. Ja. Aber das geht nicht. Wir müssen ja überhaupt... ... das können wir entkommen. Also zwei hab ich schon mal erwischt. Auf und unten kommt jetzt eher einer. Unter. Hm. Also irgendwie stirbst du immer du. Ja. Du... ... Opa... ... Hildebrande... ... Grauhaar, ja? ... und der Zebra-Kostüm-Schiff. Ich bin die Vorreiter mit mir. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Auf jetzt. Ne, wir müssen den erwischen, der unten... Immer schön doge. Ja. Ne, es gibt doch... Wo ist denn der Geschützturm? Den siehst du nicht von da. Ich hab doch probiert mit dem. Ach, das... Klar muss man das sehen. Ja, ich seh ihn doch. Ja, ich seh ihn, warte. Roger that. So, der am Geschützturm ist weg. So, da geht eh vielleicht wieder jemand hin. Aber lass uns jetzt runter gehen. Was denn? Komm dein Weg ab. Ja, ist ja gut. Komm, wir gehen jetzt raus. Ja, dann mach. Geh du mal vor die Tür. Darf ich mich jetzt von mir wegbewegen? Ja, aber... Du hast es schon hier aufgeräumt, jetzt hier. Ja, voll aufgeräumt. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, der... Ja, der braucht halt direkt eine Rakete. Der ballert ja immer noch. Ach, da ist er. Pass auf, pass auf, pass auf. Ach. 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 Ich überlege halt, wie man ihn am besten anbieten kann. Ach. 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 Du hast mich erwischt. Oh, nee. Weiter geht's. Okay. So, pass auf, oh, jetzt muss man schon mal ein bisschen was wegräumen da oben. Meins? Ja, die schmeißen ja Bomben. Oh, auch hier unten. Alter, wo kam der denn raus? Du hörst nur Wulle, Wulle, ja und dann steht er vor dir. Okay. Komm, zügig weiter. Geht wieder runter, ne? Jo. Checkpoint, sehr gut. Und nochmal runter. Ja, jetzt müssen wir mal gucken da oben. Ich muss jetzt hochschießen hier, oder? Ja, das ist jetzt der andere, oder? Ja, ja. Hier ist einer. Nimm den, ich nehm die vor uns. Das ist ... Wollt nur mal ein bisschen Schiebe hier. Naja, warte mal kurz. Kommen ja Leute, warte. Warte ... Guck mal, über uns. Von da oben kommen immer wieder welche. Die da hin mach ich. Obe! Und durch, Pum. Wie geht das hier weiter? Hier, wir müssen hier drücken. Komm her. Aber warte. Okay, jetzt haben wir einen Checkpoint. Jetzt kommt der Bus, jetzt kannst du eine Raketewerber rausholen. Nieder wichser! Boah, schon ein bisschen ausgehalten. Ja, ich glaube, wir haben aber ziemlich viel verzogen davon. Egal. So, was machen wir? Machen wir noch ein Kapitel, oder? Ja, komm. Eins noch, he? Eins machen wir noch, ja. Boah, hier. Ich hab ja keine Heilung mehr. Ufa-Uflade. Welcome to Gloom and E-Sport. Ja, E-Sport, ja, ja. Schon klar. Trottel. Boah, wie die da sitzt. Oh nein, wie das hier ist. Ah, das ist ja ein Desso. Ha, 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 ha. Ja, da ist das auf der Freuhr, denke ich. Immer schön auf die Titan-CD. Das ist ja ein Desso. Ja, ist doch, wenn ich so hier ohne Kette... ...dann ich nicht so viel zufrieden, wenn die Kutze überheben. Wenn das passiert, wird es ein einfacher Target, wenn sie das kohlen. Ich glaube, ich bin da nicht an den Autos. Oh, wo? Festhalten! Das ist Kapitän Slotin, Delta Team. Ich habe gerade bekommen von HQ. Based on the data you uploaded from that hard drive, most of the townspeople have been infected by paratites known as Las Clarkas. The data refers to the infected as my genie. What does all this have to do with Ur-Boros? You go to me at the end of the day. Looks like the only way we're getting answers is from Ur-Boros. Ur-Boros? Alter! Alter! Yeah, that's the best one. It's good to get Bobby! I've got to have a few more questions. Well, that's the end of the day. Right on the cabin. Yeah, very good. That's the end of the day. Ah, that's going to make a resale value. Wait a minute. ... Das ist der Fall. Das ist der Fall, oder? Das ist der Fall, oder? Der ist der Fall, oder? Oh fuck, überhitzt! Ich werde jetzt sterben. Wir haben gleich wieder Energie. Achso. Das ist unser Auto, was kann denn gehen? Da kommt ein Kontrollpunkt weg. Kontrollpunkt. Immerhin, ja gut, aber... Keiner schirrt hier von dem. Ist doch nicht wahr, oder? Ja, wir müssen die Fässer nutzen. Ja, da stand doch gar keine Märchen. Dort auch, dort auch hinten. Na mein, egal, wir stehen noch welche. Oh, wie gnädig, ein wenig Energie. Da sind noch welche, da. Oh fuck. Ey, jetzt sollen die meine Mäcken umgehen, die machen jetzt gar nicht diese Scheiße. Boah, das gibt's doch nicht hier. Da ganz hinten rechts... Ganz hinten rechts am LKW, da ist noch was. Da ist noch was. Die nächsten, ja. Aber ich treff's nicht. Ich treff's nicht. Wenn da... Guck mal, die stehen alle wieder auf. Die Vorhineinwur in Klaasch, die sagt, wie wir das sind! Jawoll! Wir haben aber kaum Leben hier! Aber jetzt kommt irgendwie ein LKW, will uns abdrehen von irgendeiner Seite? Ja. Rechts, glaube ich. Ja, ja. Er hat versucht, uns in den Riemen zu schrauben! Mach's! Ist er kaputt? Ist er gut. Mopeds, Mopeds, Mopeds! Oh, was freu ich mich, in Dessau zu sehen! Aber der wird mir doch traumhaft jetzt, oder? Ja! Ja! Immer schön auf die Schneidezähne! Schön auf die Schneidezähne! Ja, der Stein muss mich noch sorgen, Kollege! Was haben wir? Dieser Stein! Den wird doch immer so ein Stein nach unten! Und diesmal werden wir noch eine Phase mehr brauchen als sonst! Das wäre eh schon! Ach, der klappt jetzt beim ersten Mal fast auf! Hm... Geht schon los hier! Oh Gott, Fiesel! Fiesel! Sehr gut! Hehehehehehe! Oh, was ist die Tür, ey? Echt, die Kameraden müssen weg!